Die sieht aber schön aus. Vielleicht hilft der Affe mir. Schreib du mir einen Brief für die Löwen. Hm, ich hätte gern gewusst, was der Affe geschrieben hat. Lies du vor. Liebste Freundin, wollen Sie mir auf Bäume klettern? Ich hab auch Bananen. Total lecker. Gustlöwe. Aber nein, so etwas hätte ich doch nie geschrieben. Kannst du mir eine Brief schreiben? Ja. Ey, warte mal. Ich will gerne wissen, was da steht. Liebste Freundin, wollen Sie mit mir im Teich schwimmen und nach allen tauchen? Total lecker. Gustlöwe. Nein, so etwas hätte ich doch nie geschrieben. Herr Misskäfer, schreibst du mir einen Brief? Ja, ich mach auch Koffe im Traum. Puh, was stinkt hier? Der Brü ist das Koffe im Traum. Ach, das würde ich gerne mal lesen. Liebste Freundin, wollen Sie mit mir auf der Erde kriechen? Ich habe Dunk. Total lecker. Gruß, Löwe. Aber nein, so etwas hätte ich doch nie geschrieben. Hast du ja auch nicht. Schreibst du mir einen neuen Brief? Okay. Okay. Wo ist die Giraffe gefressen? Dann schreib einen neuen Brief. Hier. Danke. Lies den Brief. Okay. Liebste Freunde, heute Abend gibt es noch einen Rest Giraffe. Komm auf. Total lecker. Gustlöwe. Oh nein. Das hätte ich doch nie geschrieben. Eben. Schreib mir einen neuen Brief. Lies vor. Liebste Freundin, ich bin die Löwe und ich bin der Boss hier. Ich will dich kennenlernen. Wir können über den Dschungel fliegen. Ich habe auch Aas. Total lecker. Gruß, Löwe. Nein. 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 Und nochmals nein. Ich würde ihr schreiben, wie schön sie ist. Ich würde ihr schreiben, wie gerne ich sie sehen würde. Einfach zusammen sein. Einfach vorunter einem Baum liegen. Einfach in den Abendimmel gucken. Und das kann doch nicht so schwer sein. Warum haben sie denn nicht selber geschrieben? Wer will das wissen? Ich. Ich habe nicht geschrieben, weil ich nicht schreiben kann. Ich bringe es dir bei. E. Wie Ende. Bin. Ich habe nicht geschrieben. Ich habe nicht geschrieben. Deine. Vielen Dank.